das ist der stellplatz wo wir stehen der ist gebührenfrei natürlich kein camping erlaubt der platz ist aber voll er hat keine ver- und entsorgung keine grau schwarzwasser entsorgung kein strom aber der platz ist wie ihr seht hier bis auf den letzten fast letzten platz ausgefüllt und wir stehen ideal zum zentrum zum hafen von lippen im spreewald